...zuschauen um 21.35 Uhr. Das ist dann die letzte Goodbye-Vorstellung, denn an beiden Tagen waren Sie hier morgen wieder Neugasskünstler. Wir haben ja noch einen hier an Bord, den habt ihr vielleicht kennen, oder wer nicht. Ich sag euch, der Mann zeigt, wie man seinen Körper einsetzen kann. Er kommt aus eurer Stadt. Es ist Kai Eickermann. Er ist 51 Jahre alt, tanzt wie 20 und seine Gedanken sind jugendlich. Er ist nicht ein Rock'n'Roller nur, nein, er ist auch ein Break-Tancer und Hip-Town-Tancer. Und ihm zuzuschauen, wirklich, gnadenlos. Fünf vor acht ist er hier. Uhrenvergleich. Zeit für Abendbrot. Aber auch für, ja, ruft ein Kind.